ja hallo freunde da bin ich ja jetzt mit facecam ja erstes video mit facecam bei mir zumindest ja ich habe versucht mein hintergrund ein bisschen ich habe ich habe vergessen richard bitte rechtschreibung so die rechtschreibung schön ja ich habe gerade gesehen dass meine gute meine facecam ist ein bisschen über dem ich komme nicht drauf ein bisschen über dem fenster aber es geht ich habe vergessen vorhanden aus ich bin gerade aus dem bett gestiegen es macht eigentlich fast keinen sinn hier eine facecam zu haben aber naja wir können das ist natürlich ein ich habe ich habe nicht geguckt ich habe einfach nicht geguckt ist das peinlich ist es also ich war einfach komplett abgelehnt gerade ich entschädelge mich jetzt schon ja was du denn Hä? Ich wein. Was? Oh du wierst mich an. Ich weiß es. Ähm. Alter! Ich weiß was es ist. Äh. Äh. Doch nicht. Tja. Was soll man jetzt noch machen? Ähm. Ähm. Ich lass ihn einfach voll Punkte. Ja. Ne. Nein. Gut. Ist gut. Ich hab bloß das falsche, nach dem falschen Griff gesucht. Ja. Ich kann es nicht malen. Das ist hier. Ja. Das hast du schon gut gemacht. Äh. Das sieht, das sieht, äh. Furchtbar aus. Ja. Doch. Das ist auch ne gute Idee. Was du da machst. Ja. Das sieht im Moment eher wie das anderes aus. Ähm. Ach komm Richard. Ja. Wie sagt man? Nicht ohne. Kann man drauf kauen. Nicht ohne Gummi. Ja du hast es doch. Ja. Du warst bist zu spät. Oh Mann. Ähm. Genau bei dem Wort, äh. Ist der Face Game an. Zum Glück kann man nicht sehen, ob ich rot werde. Weil es ist schwarz-weiß und abgedunkelt. Haha. Schwarz-weiß ist ne schöne Idee. Ja ich habe es schwarz-weiß und so abgedunkelt, dass man meinen Hintergrund nicht unbedingt komplett sieht. Nicht jedes Detail im Zimmer. Äh. Ich hab halt Green Screen, dann wäre der Paster sein. Ja. Den muss ich mir aber noch zulegen. Was ist denn das? Ach. Ne. Passt. Was? Was? Was soll denn das sein? Ha. Ja. Gute Idee. Ist Apfel wichtig? Na ja. Was macht der Apfel denn? Ah. Ach das ist aber ein schönes Beispiel. Ah. Siehst du, wenn du unter dem Baum sitzt? Genau. Newton. Newton. Mit Apfel. Unterm Baum. Die Gravität. Ach. Fein, fein. Gar nichts mehr. Mhm. Oh. Was ist das denn? Ihhh. Schäm dich. Das ist eine E-Zigarette. Ja. Müsste ich kurz probieren. Oh, Schiff. Ah. Alter. Hör an. Hör an. Hör an. Hör an. Hör an. Schein. Okay, mach was. Hä? Hör an. Machen wir mal. Ah, ein bisschen. Also roh ist am Ende vermutlich mal. Ich werfe lustige Wörter ein. Oh, das war glaube ich echt knapp. Hast du aber Glück gehabt noch. Ähm. Ah, so. Ja, war klar. Was? Warum er zuerst? Hiiii. Ping-Vorteil, weißt du? Ah. Ah. Ich hab tatsächlich ping. Das braucht drei Sekunden, bis das einkommt. Ah. Wer hat denn hier die meisten Punkte? Ja, die Musik passt voll gut dazu. Was? Richard. Die hast du schlecht gemalt. Was? Das ist die schönste Rose auf der Welt. Ha, die möchte ich selbst gerne geschenkt bekommen. Ja. Ich hätte gerne so ein Pad jetzt richtig zum Alt. Sehr geil. Ist sogar bei uns in der Familie eins vorhanden. Ich muss erst mal hinkommen. Äh. Ähm. Wie kann das denn sein, ey? Der Typ ist einfach zu gut. Nein, der hat einfach vier Jahre Vorteil. Der ist doch viel älter als wir. Ah, scheiße. Ah, an. Was? Ah, Entschuldigung. Das ist einfach ein, äh. Ach man, Richard. Hast du nicht aufgepasst, wie man dreidimensional meldt? Mel. Hochzeitdimensional. Ja, aber das ist ein Querschnitt. Das hatten wir schon mal. Oh, ne, komm. Äh, äh, äh. Hä? Hä? Ach so, hatten wir. Ich dachte, dieses ist heute schon mal. Ne, heute nicht, aber... Ja. Die einfach mal mit tausend Punkten führt. Naja, das ist so krass, oder? Gewinnt einfach jede einzelne Runde. Ach, die Lebenserfahrung. Da kann ich nicht. Ha, ich hab was Schönes. I'm good. Was? Ah. Jetzt schon, ehrlich. Ey, bitte sag nicht. Hä? Hä? A mal B ist A. Kennt man. Quatsch. Hää? Ja. So nämlich. ich komme nicht drauf das malt man aber um 90 grad gedreht also ich hab doch alles gemacht wie geht jeden winkel machen wir es mal einfach für euch wie soll denn das einfach sein ich hab's raus ja also kommen das hier will ich diese musterung sieht ein bisschen aus wie wir noch mal die musterung von dem ball ich kann sie nicht ich kann sie dir nicht vormalen ist das denn die aus vote kick the current player if they are misbehaving das ist so schlecht war es gar nicht so schlecht war es gar nicht so schlecht war es gar nicht ja klar ich habe diese Ja sorry dass ich hier so rum äh alber, aber ich bin normalerweise sehr ernst. Was? Willst du mich verarschen? FUSCH! Das ist ehrlich! Ich bin so ein ziemlich zu albern, aber mit der Kamera das ist einfach noch neu. Ich weiß nicht wie ich das schreie bei diesem Spiel. Ich schreie bei David Daylight gar nicht mehr rum. Hä? Also wenn ich Licht gezeichnet hätte dann... Vielleicht kann ich noch was anderes ausdenken. Nehmen Fettwitz ein. Ha Wolfram ja! Da war Leo ganz nah dran! Da war ganz Leo ganz nah dran! Ne nicht damit, das davor! Ah! Das ist so unfair! Das finde ich auch! Und gar nicht hinterher! Die Feuerpunktabschwatte! Ja! Bläh! 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 Ach du Scheiße! Nein! Wie heißt das Ding? Was tut das? Glühlampe! Glühlampe! Gottlieb! Ja ja ja! Ja ja! Ja ja! Habs! Wie ist das blöd! Der führt mit über 1000 zum Bruder! Ja ja! Das ist so krass! Ähm! Oh verdammt! Das ist halt nicht so hässlich aussehen! Was? Was? Ja! Ah! Ah! Was ist denn das? Ja! Nein! Du bist dran! Ja! Wie diese wenigen Sekunden was ausmachen! Ich hab ein englisches Wort bei mir mit drin! Das ist aber nicht schlecht! Wie immer! Ähm! So! Oh Gott! So! Scheiße! Scheiße! Was machst denn du? Ah! Wieso funktioniert es denn? Ein englisches Wort ist drin? Nein! Nein! Mir geht es um das gesamte Ding! Gar nicht schlecht! Gar nicht schlecht hierzu! Gar nicht schlecht! Hahaha! Ach! Jaja! Leaaaaa! JAAA! Du bist so da dran! Das gibt es überhaupt nicht! was kommt ihr habt alle welt ein was sie wie nennt man das ding denn anstatt welt alte welten was ach ne welt raum dafür krieg ich keine blöde das war nicht die beste runter naja macht aber jetzt gucken wir einfach mal keine ahnung alter was bei mir passiert nicht viel hey bei mir ach so oh da kam auf einmal einiges dazu ja warte schön wie heißt denn das wie heißt denn das wie heißt denn das das denkt doch mal an pokey ja ja ich weiß ach gott warte mal ne das ist auch nicht das ist auf eigenes scheiße ich hab's warte das gibt's doch nicht komm bitte mir hier ja bis am rat doch zum schwanz deswegen wird gleich mit 2000 punkten nicht hin da war ich einmal hier aber dann Na, was steht denn da unten? Ja, ich seh's, ich seh's. Das findet man auch bei... Das ist übrigens eine Windows-Task-Leiste. Ich verachte dich, Windows. Ich verstehe dich nicht und deine Anwendungen. Ach so, das ist Englisch. Ja, ja. Was? Oh nein. Fast, fast. Heilig. Ähm, oder eben, wenn wir das ganz, ganz... Oh, das schaffe ich nicht mehr. Ah, gut, ja. M hoch 3 hätt's getan. Ja. Ja. Ich hätte einfach warten sollen, das zieht nämlich die Punkte von Techman runter. Oh, das ist nicht gut. Doch, müssen wir den nehmen. Müssen wir den nehmen. Ach du Schande. Kannst du soweit zählen? Das ist eine Vergrößerung hier, ne? Hä? Und das ist das, was man vergrößert sieht. Das hat entweder das... Oder das... Spitze hier dran, ne? Ja. Was kann man da noch drinnen? Da haben wir zum Beispiel... Solche Dinger drinnen. In Dead by Dead can man die auch benutzen. Ähm, was gibt's dann noch? Da hat man so viele kleine... Davon drinnen. Einige davon auch noch. Ähm... Ähm, es geht übrigens um das Ding hier, ne? Okay, okay. Okay. Das Ding kann man öffnen. Das sind zwei Schnallen, auf denen man's öffnen kann. Wie heißt denn das? Schatztruhe? Nein, nicht Schatztruhe. Was mit Christa? Was hat man dann noch drinnen? Ähm... Ah, gut. Friedrich, du bist extrem nah dran mit deinem vorletzten. Ich bin schneller. Nein! Ja, Richard hat's. Aber muss ich jetzt bloß noch nicht verschreiben. Genau, ihr seid so blöd. Das gibt's überhaupt nicht. Ich dachte, wir haben... Kann man sich jetzt zweimal so verschreiben? Ist das blöd. Für das Ding reißt du denn, weil der hat übrigens auch Werkzeugkasten. Ich hab jetzt was, das wird euch alle gefallen. Nie, warte. Nö, ich wollte ja. Ja, da musste ich mich grad ein bisschen aufregen. Das zeichnet mal eigentlich grün, Richard. Ich hab kurz... Äh, Peter... Ach so, ooooh. Auch Angst gesehen. Danke, DCM, für Gebrechen. Du dachtest, du kommst, du probierst dir abbrechen. Ähm... Aber erst mal mit Cheddar verwechseln. Das ist ja mal am Anfang, als ihr den Käse gemalt hast. Da hab ich an Cheddar gedacht. Oh, 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 oh. Äh, äh. Nein! Ja, verdammt! Nein! Äh, das ist zu hoch, das Ding übrigens. Da ist immer noch der Bund. Ja, ja, ja. Der hat keine Ahnung von... Ich hab lange nicht mal Gitarre gespielt. Ich kann vielleicht nur noch drei Akkorde. C-Dur, D-Dur und G-Dur. Richtig so. Und das im großen und kleinen Griff. Genau, der hat er. Nein! Nein! Nee, das ist ja nicht so. Wie er das mal schafft, das ist so krass. Oh, das regt mich, das regt mich so sehr auf. Aber ich nähere mich wieder an. So, das reicht. Eilig, du stippst, das macht du ditt, ditt, ditt. Und du guckst, du freust dich, du freust dich. Und ziehst du ein Neolium zuerst. Ja! Oh! Oh, schon wieder so ein Ding bei E-Mail. Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, verballert. Komm, verpiss dich, Tagsleiste. Meins war hübscher. Ja, ich weiß. Warum machst du denn den Pfeil an den Laser selber? Das verwirrt mich total. Ach, guck mal, wer gewann hat. Ich hab fast Lust auf noch eine letzte Runde. Aber wir... Gut, ja, wir müssen jetzt... Wir beenden jetzt die Folge und machen noch eine. Und dann machen wir das bei Daylight. Okay. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.